Aschert Aschert ist eine wunderbare, historische, barocke Stadt mit zwei wunderschönen Schlössern. Sie können hier das badische Versailles erleben, sie können ein wunderbares Lustschloss in Förch erleben. Musik 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 Das Schlossfavorit ist auch besonders, weil es eben ein richtiges, ich sage immer gern Prinzessinenschloss ist. Die Malgräfin hat es ganz nach ihrem Stil, nach ihrem Gusto einrichten lassen. Und es ist natürlich als das große Porzellanschloss bekannt. Also eine sehr, sehr reichhaltige, sehr, sehr besondere und rare Porzellansammlung, die sie dort in den Schlossräumlichkeiten besichtigen können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen Sie auf alle Fälle in die Barock-Residenz Stadt und auch in die Barock-Residenz Rastatt und Favorit. Es ist ein unvergleichliches, ein einzigartiges Barock-Erlebnis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020